Und damit willkommen zurück zu It Takes Two, zusammen mit der Buggy. Muldsinn! Greenhouse Spa. Äh, Anrichtung bitte mal kurz. Oh, ja. Nicht da ganz, nicht ganz so in Anrichtung. Ach, hier. Ja, lol. Ah, die lassen sich das sehr gut gehen. Ich fass es nicht. Ich war noch nie in einem Spa. Oh, ist das... Ahaha, geil! Es ist, es ist reserviert. Es ist sehr seltsam. Okay. Herrlich. Ah, geil. Oh, es muss doch übelst kitzeln, ey. Ich weiß das nicht. Oh, ja. There we are. My hinges are so stiff. Hm. Äh, solange nur die Gelenke steif sind, ne? My feet are wrecked. Ja, sorry. Das ist immer so zwei Mini-Räubchen. Haha, das tickles, das tickles. Oh, but I'd love it anyway. Oh, yes, please don't stop. Ist hier ne... Geil, ey. Ist das lustig, ey. Oh, boy, did I need a shower. Schön beim... Ähm, Buddha ist das nicht, ja. Oh, Danny. Meditation. Ja. Ich kann so was laufen, bitteschön. Hm, danke. Aber schon. Oh, I could stay in here for hours. Schon cool. So ein kleines Bar am Rand. Stimme versagt erst mal. Ist das in Ordnung. Ups. Erstmal Sachen toll weitermachen jetzt. Ja, schade. War schön bei euch. Käferchens. Und Raupen. Oh, von oben sieht man sich aus. Okay. Ah, wie geil, ey. Äh. Ah. Okay. Bitteschön. Ja. Hm, hm. Ahem. Ahem. Yes, it did. Do you recognize that plant? No. No, I didn't plant that. Are you sure? What about the first flower you planted in the greenhouse? You mean joy? What? Is that joy? I didn't know you named your plants. Well, just that first one. You know, I... I just wanted to make sure that joy would always be part of our lives. Oh, Cody. That's sweet. Yeah. Well, it doesn't matter now, does it? Everything's infected. There's still time, Cody. Kill the infection and make your garden bloom again. Okay, Book, you're right. Come on, May. We have to stop this. Oh, come on, then. Oh, come on, let's go. Oh, come on, let's go. Sogar Armein. Have you killed? Oh. War ich ein bisschen zu schnell? Ja. Da will erst mal was befüllt werden. Ja. Ja, höh. Oh. Bounce. Hui. Bouncey. Perfect. Oh. Hui. Bouncey, Bouncey. Geht ja ab mit den Dingern, ey. Ja, da gibt's auch... Warte mal, wofür der Weg hin? Ups. Ach ja, stimmt. Da drüben. Das ist bestimmt wie ein Minispiel. Wo ich, wie er verlieren kann. Hm. Yay, Minispiel. Verlieren. Ups. Mit Kellerasseln. Oh Gott. Gib dem Griechchen ein paar saftige Leckerbissen. Spring, werfen. Okay. Oh. Oh, mal gucken. Ah. Sieht. Ach so. Ach so, ja. Die können öfters getroffen werden. Ja, irgendwie schon, ne? Ist mir auch gerade irgendwie aufgefallen. Come on. Oh, das ist auch gut. Easy. Easy. Pff, jojo. Alter, was ist jetzt das los, Mann? Ich treffe nix mehr. Also die, komischerweise, die in der Mitte, die hab ich, glaub ich, noch nie getroffen. Das kommt doch. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen will. Ach gut. Ah, knapp. Oh, schade. Das war bei knapp. Oh, ja. Naja, egal. Aber man hat das wieder hinten gefüttert. Pflanzen, äh, bewässern. Zwangsernährung schon wieder. Hallo. Hä? Gibt Wasser, Wasser. Oh, was? Das ist Bruder. Oh, die arme Spinne. Oh, nein. Oh, nein. Oh, der poor Spider. Hey, Tri. Back off. I have a fat ass Sprout on my head. You're wearing it down, Mae. Keep it up. You too. Ha. How do you like this queen? Quacking. And stay down. Das viele Bosskämpfe. Äh, das ist ein bisschen so. Sehr viele Kämpfe. So, Schluss jetzt hier, du. Ruhe. Und noch einer. Leider keine so große Hilfe. Kleine Viecher kannst du besser ledigen. Ganz kleine Viecher, die spawnen. Oh. Oha. Hä? Wo bin ich? Äh. Oh Gott, das sind zwei großen. Ne, ein großer. Ich glaube, wir müssen erst die kleine alle erledigen, weil... Ja, von Gott. Äh. Der große, das wird sonst nichts. Und sorry, dass ich ab und zu die Nase hochschließe kann. Meine Rande läuft gerade ein bisschen. Okay. Nicht behaupten, ich schieße. Ups. Oder der Spawn-End. Hey. Hau. Ach so, das kann auch sein, ja. Hab sein Schild. Hab sein Schild schon wieder. Ja, au re. So, jetzt aber. Dankeschön. Zack. Puh. Schnell weiter. Oh ja. Oh ja. Das ist ein Schild. Ja, das ist. Hey. Ich weiß. Spinner. Hey. Spider. Komm her, komm her, du kannst rauskommen. Die Schilder sind weg. Cody, was machst du? Ich bin einfach,信 mir. Komm her. Oh. Hey, da, kleine Spider. Ah. Ja, das sieht ja geil aus. Das ist wie vergiblich, ja? Du setzt dich aber auch nicht richtig drauf, ne? Oh, okay, du musst da unten noch was machen. Hier wahrscheinlich hoch erst mal und dann muss ich da wahrscheinlich noch... Ah! Ah, das muss ich jetzt aber ganz nett bewässern. Ah. Hui. Oh. Krass aufhören. Oh, ist das geil, ey. Was da? Lass. Meine. Auch schön, wie der Ultra süß gemacht. Oh ja. Voll lang durchdrehen mit dem Ding. Ach du, oh Gott. Oh, okay. Jetzt musst du erst mal damit klarkommen. Ja, ja, jetzt muss ich... Ja. Klingt überhaupt aus, dass das war das. Hä? Ah, okay. Falsche Stelle. Boobie-boobie. Ich hab keine Ahnung mehr. Mal hier geile Sounds. Ich auch nicht. Ähm... Joa. Ich muss mir kurz die Dase prüfen, bist du bereit? Kein Problem. Dauert ja eh noch ein Moment, bis ich da bin. Sesam, öffne dich. Oh Gott, das bewegt sich. Hm. Äh, wo lange? Ah, zu miesen. Ah, dankeschön. Hm. Wohlsein. Dankeschön. Das bricht dir doch noch irgendwo weg. Okay. Hm. Schauen wir mal. Äh. Hm. 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 Sag ich doch. Schokolade. 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 Ja, Gott. Hoho, haben wir noch mal Glück gehabt. Oh, oder auch nicht. Ja, gut. Also, wir getrennt. Oh Gott, wir getrennt. Oh Gott, wir getrennt. Ah. Oben, unten, links, rechts, alles geradeaus. Äh, ich kann ja nichts. Ach da, jetzt fülle ich mich weiter. Okay, komm ich nicht weiter. Hey, can you wash it up? Wegwaschen? Ja. Hm. Hinter dir. Da, wo der grüne Punkt ist. Hinter mir? Ah, okay. Mach, haben sie mir weh. Nur bitte vor mir, Dankeschön. Ah, ah, ah. Sorry, falsche Taste gekommen. Ah, Dankeschön. Huh. Ist der da irgendwie? Ah, jetzt krieg ich was machen. Hm. Ja, warte mal. Ich geh mal da rum. Ah, du kannst erst mal ran schießen. Muss weiter nach vorne. Ah, okay. Ja, sehr schön. Ja, aber ich würde sagen, wie es dahinter aussieht, würden wir sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen, lasst doch einen Like da. Schaut auch unbedingt bei der Buggy vorbei. Sie ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.